Ich würde alles dafür geben, wenn David sein Leibdach so weiterspielen könnte. Wahrscheinlich morgen. Nur jetzt da oben. Ich bin ja nicht zum Aushalten. Warum war Frau Silberstein vorhin so traurig? Weil die Silbersteins vielleicht bald verreisen müssen. Verreisen? Wohin denn? Ins Spielzeugland. Ins Spielzeugland? Da will ich auch hin. Jedenfalls komme ich mittags mit ins Spielzeugland. Dann machen Sie sich mal keine Sorgen, wenige Frauen. Wir haben hier nur Juden zum Bahnhof gebracht. Schönen Tag noch! Das geht aber nicht. Wir sind auch Blutsbrüder. Wir haben uns doch geschworen, dass wir immer zusammenhalten. Anden Bugün. Da ist das auch nicht. Köln. Köln. Untertitelung des ZDF, 2020